Herzlich willkommen zu einem Video, heute schauen wir uns von Degos Savos den Millenial Falken Brick, äh Brick, genau, ist ja Brickhead, man kennt, den Micro Fighter an, Serie 8, da gibt es ja noch den Tonton und AT-AT hierbei, ähm, wir haben jeden Fall, das ist die Set Nummer 75295, und 6 Plus sagt Degos, passt, finde ich, und wir haben hier 101 Teile, eine Minifigur, äh, keine Sticker, ein Print, und, äh, eine UVP von 9,99€. Und im Markt kriegt man ihn für um die 8€, oder man geht einfach da und holt nicht für 10€, ja, ist okay, der Preis, ja, jetzt haben wir gucken uns kurz den Karton an, vorne passt schön, hier haben wir so ein bisschen Raumschlag mit TIE Fighter, ich finde es schön gelungen, Seite ist bla bla, oh, haben wir den Han Solo in 1 zu 1, Seite ist bla bla bla, Brickhead hat sich schon mal gezeigt, sehen wir nochmal eine Funktion, und die anderen, äh, den Micro Fighter, den es da im Jahr gab, die scheinen irgendwie eingestellt zu werden, weil dieses Jahr kam ja nur noch, ähm, die, 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 die Razer Quest raus, die jetzt nicht so gelungen ist, finde ich, der ist viel besser gelungen, ähm, und für nächstes Jahr sind keine so, so in den Gerüchten, mal gucken, ob sie einstellen, wurden auch immer weniger, na, das war auch mein erster hier, äh, ja, kurz, äh, das sind an Teilen übergeblieben, und interessant, einmal die Anleitung, ist diese kleine, mit dem QR-Code natürlich für die App, und dann, wir haben nur einen Bauschnitt, das ist aber auch kein Problem bei den Teilen, äh, Teilliste, ähm, relativ entspannt, man hat halt nur einmal hier, dunkelrot, ein bisschen, also dunkelrot, im Innenraum, außen hat man auch dunkelrot Akzent, natürlich, hier dieses, türkis, und roten Stein, aber der ist auch vollkommen egal, äh, dann noch die Sets, in dem Jahr, die rausgekommen sind, ja, aber jetzt, fände ich es nicht so in die Hammerwelle, habe ich jetzt auch wirklich halt nur den von, weil der Rest hat mich null interessiert, und dann ist fällig nach 29 Bauschritten auf 36 Seiten, also tiefenentspannter Baus, kurz, kommen wir noch kurz zu Hans Solo, der hier bei ist, als einzelne Minifigur, äh, ja, das hat der Stein und Hans Solo, ich glaube, den gab es ja, gab es den in dem Jahr auch nochmal woanders, oder, ich meine, er war so, so nochmal auf dem Markt, halt nur nicht in der Welle, okay, ähm, bisschen schöne Minifigur, schön mit der Weste und dem Hemd drunter, dann den Guchtel auf der Hose, schön, die Hose wird bedrückt, und hinten nochmal, das Haarteil ist ja auch irgendwann neu dazu gekommen, ich finde, ich hatte die Figur nochmal aufgewertet, ich, ich finde, mittlerweile der in der Sohle ist richtig gut gelungen, er wirkt aber vielleicht einen Ticken zu jung, mh, aber ansonsten, sehr schöne Minifigur, kommen wir noch mal ganz schnell hier auch zum Rasenfalken, nämlich hier ist er, ähm, im Bau hat er jetzt nicht so viel Besonderes, außer hinten ist halt einmal ganz schön das hier so rangeknippt, da sitzt auch das Leim, das ist Leim, aber ich, ne, das ist aber Türkis, ähm, das verdeckt, das schimmert aber hier ein bisschen durch, das passt eigentlich ganz gut, weil es noch mehr Antrieb ist, kann man sich jetzt schön reden, wie man will, genau, äh, dann das hier, das Cockpit ist geprintet, auch wenn natürlich Hans Solo hier sitzt, ähm, ja, schon mit der Schüssel hier drauf, den Lampen vorne dran, Antrieb hat sich schon gezeigt, hier die Seite, und dann hier ist, ich glaube, wenn man jetzt den nicht als Microfighter haben will, und die Figur nicht da reinsetzen will, sondern sich so einen kleinen Falken holen, ist der schon gut, man kann natürlich, also wir haben natürlich noch die Top-Funktion Start-Shooter, glaube die sind in derselbe Ecke gelaufen, ähm, ja, die hatten wir natürlich, äh, man könnte, glaube ich, ganz einfach das hier wegbauen, hier so ergänzen, und das hier schön machen, man hat einen Falken, man kann natürlich auch einfach hier die Start-Shooter, ups, wegnehmen, dann muss man sich halt, äh, so, ich glaube der stand hier, äh, was überlegen, was man hier rein macht, man kann natürlich einfach hingehen, und, das hier, so wieder draufsetzen, und passt, dann ist das auch ein schöner Falken, äh, wenn man so einen Mini-Falken hat, weil es gab ja schon mal von Lego so, auch vor Ewigkeiten, so einen kleinen Falken, nicht der Midi-Scale-Falken, sondern noch so ein kleiner, der ungefähr diese Größe hatte, den kann man sich ja auch draus bauen, wenn man jetzt, halt die, das nicht schön findet mit dem Ding, aber wenn man jetzt einfach so, Star Wars-Fanies nicht so viel mit Lego zu tun hätte, oder so, ähm, ist das ja auch so ein kleiner, schöner Falken, den man sich einfach hinstellen kann, weil ich finde, den treffen, treffen sie gut hier, hier die Optik, hier mit der Figur im Sitzplatz, natürlich nicht so perfekt, also, der ist schön, vor allem mit den paar Details hier oben, mit den, äh, Rundfliesen drauf, ist ganz schön, aber man kann jetzt natürlich auch nochmal, ähm, Consolo hier reinsetzen, in seinen Falken, das macht natürlich dann absolut keinen Sinn mehr, so kann man sich das nicht dann dazu ins Regal stellen, ähm, aber für Kinder zum Spielen, ist glaube ich so ein Microfighter an sich ganz cool, so zum einen Spiel, so mit fünf, sechs, wenn man so, sagen wir mal fünf, wenn man anfängt, mit so Star, Lego, Star Wars, ist das glaube ich cool, äh, das passt, hier ist leider offen, ich weiß ja auch nicht, warum man unbedingt hier das Bracket machen wollte, damit es hier hoch geht, verstehe ich nicht, man hält auch einfach da drunter diese, diese, wie heißen die, die Pendlets, die so sind, halt nur ohne die, hier in der Seite ein bisschen höher, hätte man da machen können, verstehe ich nicht, wo der Bracket da sitzt, ja, das ist das einzigste, was ich am Design nicht ganz verstehe, sonst ist er wirklich schön gelungen, so ein kleiner Brickhead, warum sag ich die ganze Zeit Brickhead zu den Microfightern, das ist ein Brickhead, das ist ein Microfighter, ich finde die schön, das ist mein erster, wird glaube ich auch mein einzigster Microfighter bleiben, aber der ist gelungen, der ist wirklich gelungen, muss ich sagen, ja, da sind wir schon durch, könnt ihr ja gerne mal eure Beine, zum Set in die Kommentare schreiben, und ja, ich sage, das ist ein Like, das ist dir gefallen, abonniert uns nicht, da passt mal hin, bis zum nächsten Mal, baut euch schön, bleibt gesund, ciao.